Was ist los Bruni? Ist jetzt so warm? Dann geh mit deinem Knückschen ins Haus. Eher ist gerade richtig warm. Ich bin ganz happy. Die letzten Tage waren furchtbar. Oh, schön. Schöne Wärme. Was ist das denn? Whiskas in Riesenformat. Da freut sich die Bande. Ja. Oh, Bierhiefe. Klasse, klasse, klasse. Und hier der Felix, der jetzt neu dazugekommen ist. Ich bin ja so begeistert, dass das so toll mit den Katzen läuft. Die verstehen sich bombe. Nur wenn der zu dreist ist und denen das Futter vor der Nase wegfressen will, dann gibt es mal einen kleinen Faucher. Sonst nicht. Das machen die aber auch untereinander. Und der frisst, der frisst, der frisst, der frisst wie ein Scheunendrescher. Der wird sich besonders darüber freuen. Das ist ein Fresssack, ist das ein richtiger Fresssack. Und bei der Gabi hat er ein bisschen gemäkelt. Deswegen ist er auch so dünn. Der mochte das Futter anscheinend nicht richtig. Hier frisst er irgendwie alles. Hör mal, Bruni Bärchen. Das ist aber nicht schlau, was du machst. Oh, mein Bein. Hier, warte, Bruno. Oh, ich muss langsam machen. Das Bein tut noch ganz schön weh. Da bin ich aber auch lang gerappelt. Ne, Kinders? Arme Schienbein. Hör mal. Muss liegen lassen. Ja, holt der Kalli sich? Ja, das holt der Kalli sich denn. Das ist nicht schlau. Oh, guck mal. Überall Bienchen. Ich bin ja ganz happy. Hier ist noch richtig was los. Ne? Summ, summ, summ. Weil die Sonne jetzt auch so schön scheint. Ne? Ja. Jui. Jui. Boah, so viel. Guck mal hier. Mein Räucher-Tofu. Den habe ich durch die Petra kennengelernt. Die hatte mir den mal geschickt. So-llä-Lä-Ka-Ka-Ka-Ka.